Hallo, ich bin Roswitha Aharz. Ich bin seit 28 Jahren hier in Schaufling. Seit 24 Jahren leite ich die Küche. Wir verpflegen hier 350 Gäste pro Tag mit drei verschiedenen Gerichten frei zur Auswahl. Wir haben ein tägliches frisches Salatbuffet. Uns ist die ausgewogene Ernährung und gesunde Ernährung sehr wichtig. Wir versuchen die Wünsche der Patienten zu erfüllen und ich gehe immer wieder gerne rein. Wir haben ein super Team und ohne dem gehen sie nicht.